hallo ihr süßen zu einem neuen video ich habe den naturnagel vorbereitet habe ihn verlängert ihr könnt euch erinnern ich wollte ihn eigentlich kürzen und habe einen knipser genommen das habe ich im letzten video erläutert bin ja das passiert auch mal abgerutscht und habe ihn zu tief gekürzt kann passieren dadurch ihr sieht das jetzt hier so aus wie es aussieht aber ihr wisst ich bin dafür ehrliche geschichten und ganz ehrlich wenn ich das oft so sehe kaum einer redet darüber und ich sage halt ganz einfach was in dem moment passiert ich bin heute wieder unter ja ich unterwegs kann man fast sagen für 2m beauty wie gesagt ich habe vorbereitet mit prep danach mit bond das ist wie ein doppelseitiges klebeband das haftet wie irre holt euch das leute momentan ist es ausverkauft aber das ist immer so wenn ich die tests mache es kommt aber bald wieder rein ich habe mit eliko schon gesprochen und sie hat alles nachbestellt also es dauert nicht lange dann ist alles wieder da das kevo gel mit kevlar fasern verstärkt ist auch momentan in bestimmten größen ausverkauft kommt aber alles wieder nach das ist halt so wenn ich was teste ist es momentan so dass es wirklich sehr sehr schnell ausverkauft ist wenn ich es gut finde aber ich sage es auch ganz ehrlich wenn ich was gut finde dann sage ich euch das ob es nun danach ausverkauft ist oder nicht seid immer schnell also ich kann es nicht anders sagen also wie gesagt das kann ich nur immer wieder betonen das ist bei elektrischen geräten genauso wie bei geln denn es selten dass ich von irgendetwas so richtig begeistert bin in dem fall hier bei 2m beauty ist unfassbar ja bin ich total begeistert und deswegen kommen da auch mehrere videos weil man da einfach genau wissen muss wie die sache ist eliko hat schon angekündigt dass sie noch sachen nach schickt in also zu dem laufenden test schöne geschichte denn die ersten sachen sind jetzt natürlich alle schon lange das wisst ihr auch bei den probanden drauf die drei wochen sind bald schon um da kann ich euch dann schon berichten wie es dann aussah und ich bei mir selber teste ja auch immer und dementsprechend ist das natürlich eine tolle sache ihr seht gerade ich habe mit dem kevo gel gerade eine dünne schicht draufgebracht draufgebracht draufgepackt draufgepackt die hatte ich jetzt an in dem fall und wie gesagt das kevo gel kann unter den turbo lampen leichte hitze entwickeln wie gesagt wenn ihr es ich sag mal so im größeren aufbau modelliert kann es auch etwas stärkere hitze entwickeln allerdings muss ich ganz ehrlich sagen selbst da wo ich mir jetzt den nagel durch das abknipsen richtig tief eingerissen habe das kann man konnte man ja eben sehen also ich empfinde nur leichte hitze ich habe es jetzt allerdings auch nur gestrichen das ist immer so eine sache ne also man muss immer sehen das ist ein sehr sehr hartes gel sehr sehr stark viele haben mich gefragt ist das vergleichbar mit fiberglas gel ja wie gesagt ist es kevlar faser verstärkt und dementsprechend ja es ist sehr sehr hart und das ist was was ich natürlich liebe das wisst ihr aber gleich kommt noch mein zweiter liebling und zwar ist das das 3 in 1 pink damit baue ich gleich auf das tolle ist dass das wirklich selbst wenn ihr damit versiegelt ein hochglanz hoch 10 hat das ist wirklich in ein phasen gel was richtig 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 genial ist und ja gar keine frage also kann man nichts negatives sagen so ich werde jetzt den aufbau mit dem 3 in 1 pink machen die pinsel die ich benutze sind übrigens auch immer von two in beauty ich bekam da sehr viel über sand und ich nutze dann logischerweise auch die sache was ich bei dem gel bei dem 3 in 1 pink so toll finde ist ganz einfach es hat unter den turbolampen keine hitze entwickelt ich baue jetzt auch damit wieder auf es hat eine mega bombastische härte auch für überlängen sehr gut geeignet dadurch und was das allergeilste ist auch übrigens beim aufbau gel von baby boomer super geeignet denn es ist leicht milchig rosé eingefärbt und verliert auch nichts an seiner rosé farbe nach dem aushärten sehr sehr selten viele gele werden dann so weißlich ist bei diesem gilt de facto nicht so so einmal härten so wie gesagt selbst wenn das so angegriffen ist darunter der naturnagel nur leichte hitze echt gut verträglich kann ich überhaupt nicht meckern also das ist echt selten gerade bei diesen turbolampen so 30 sekunden sind um ich arbeite den aufbau in dieser art immer in mehreren schichten jetzt seht ihr ja wie ich das arbeite süß war in meiner gruppe habe ich gerade eine umfrage gestellt was würdet ihr gerne sehen da stand perfekte modellage da stand perfekte modellage das finde ich total süß weil perfekte modellage also ja jeder hat eine andere vorstellung von einer perfekten modellage da würde ich da würde ich da würde ich mich persönlich ja also das ist schwierig also sag ich euch ganz ehrlich die leute die immer behaupten sie machen perfekte modellagen finde ich persönlich dass sie gar keine perfekten modellagen machen deswegen würde ich das von mir persönlich nie behaupten weil jeder hat eine andere vorstellung von einer perfekten modellage ja also wie gesagt das fand ich sehr süß dem kann ich leider nicht nachkommen weil das müsst ihr natürlich selbst entscheiden was für euch eine perfekte modellage ist ich kann euch immer nur meine modellagen zeigen wie ich sie arbeite ja mehr ist einfach nicht möglich also muss man ganz einfach so sagen wie es ist so aufbau ist gestaltet ich werde jetzt quasi den aufbau befeilen ihr seht schon viel zu befeilen ist da nicht das ist das tolle wie gesagt ich bin absoluter fan von 2m beauty kann ich nicht anders sagen ich werde heute übrigens nass in nass arbeiten ihr habt letztes mal schon in einem der letzten videos gesehen die gelacke minimi süß ne total geiler name gelacke minimi die werde ich heute benutzen werde da nass in nass arbeiten denn dafür sind sie eigentlich gedacht ja wie gesagt idiko schickt mir wohl noch wahnsinnig was nach keine ahnung was sie sich da alles ausgedacht hat auf jeden fall hatte sie gesagt ja doch sie hat sich da noch was ausgedacht und da kommt noch ein paket nach damit das in diesen test noch rein kommt schöne sache freue ich mich natürlich sehr denn ja ich bin total begeistert von dieser marke das kann ich nicht anders sagen ich liebe harte gele das habe ich schon ein paar mal erwähnt weil die einfach auch für überlängen perfekt sind genau die gestalte ich ja heute und ja ich werde dieses lecker schätzchen jetzt bearbeiten ihr könnt schon sehen das 3 in 1 hat sich natürlich wieder mal so wie es sein soll schon perfekt glatt gelegt das heißt ich muss nicht viel feilen ich bin begeistert ja geile geschichte hundert zu hundert von diesen ja wie nennt man das nail file from japan bla 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 geisha so ich habe ja mehrere von diesen feilen bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen die anderen waren mir ein bisschen zu lasch die 100 zu 100 finde ich richtig genial damit habe ich eben quasi den nagel befeilt ja großes kino fand ich echt super konnte man super mit feilen das ging richtig richtig gut also dadurch dass die sehr smoothie sind ist 100 zu 100 genau perfekt gerade so auch für harte gele ich liebe das wenn ich schon wieder dieses gefühl hier merke herrlich ist das also das muss man mal ganz ehrlich sagen wie gesagt von 2m beauty behalte ich auch alles also was ich hier bisher liegen habe ja prep und bond sowieso die gele auch herrliche geschichte ach 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 ich will jetzt nass in nass arbeiten das heißt ich werde ich überlege gerade oben drauf weiß oder unten drunter ich mache es mal so ich werde die grundfarbe rot wählen jawohl geile geschichte ne grundfarbe rot alter ist das herrlich das könnt ihr ja jetzt auch selber live sehen wie hammermäßig das deckt dabei habe ich fast zu viel auf dem pinsel das ist das schöne ich habe letztens wieder videos gesehen von diesen non sticky lacken wo man hunderttausend mal schichten auftragen muss also zweimal finde ich total nervig hätte ich gar keinen bock zu deswegen ich liebe non sticky gelacke gelacke die einmal nur aufgetragen werden müssen und ich weiß dass es euch auch so geht zeit ist geld und diese lacke die ich da im video gesehen habe sind nicht billig das heißt totaler mumpitz braucht man nicht kaufen wenn es solche tolle qualität gibt überhaupt ist das preis leistungs verhältnis da haben ja schon viele recht gegeben bei 2m beauty perfekt guckt euch das an geil oder und jetzt packen wir auf dieses gel willkürlich ein paar tröpsche weiß und lassen das in sich verlaufen tröpsche für tröpsche das kann man natürlich auch mit gleich großen tröpfchen machen ich mag das gerne wenn das so unterschiedlich ist aber wie gesagt das müsst ihr selbst entscheiden weil das geile ist das ist perfekt nass in nass zu verarbeiten und so könnt ihr quasi eure eigenen styles quasi in dem moment kreieren so lassen lassen wir mal ein bisschen in sich ruhen ich liebe das und das funktioniert mit den 2m beauty geschichten richtig richtig toll so ich lasse das jetzt noch ein bisschen ineinander verlaufen ihr könnt das jetzt schon sehen ich hole euch gern nochmal näher wie sich das nach und nach ineinander verschachtelt das sieht dann richtig richtig genial aus ach ich liebe das ich liebe das und ihr seht auch hier gerade es läuft nichts in die nagelränder ihr habt alle zeit der welt deswegen sind die so gestaltet wie sie sind ich hatte ja letztes mal schon gesagt da habe ich ja hier das fullcover mit gemacht ich muss ganz ehrlich sagen geile geschichte die kann man natürlich auch so benutzen die könnt ihr für alles benutzen und sie sind halt nicht so riesig ich muss jetzt gerade mal gucken wie viele milliliter sind es ich denke mal fünf winzig klein fünf milliliter steht fett vorne drauf leute was also fünf milliliter geile geschichte ihr braucht euch also keine riesengrößen holen und wie gesagt auch die behalte ich alle weil das echt toll ist es ist schön ineinander verlaufen ihr könnt das jetzt sehen jetzt herrte ich die geschichte aus ich mache das unter meinen Turbolampen das tolle daran ist ihr braucht es danach nicht zu versiegeln das sind nämlich non sticky geschichten richtig genial ich versiegle es immer trotzdem nochmal weil ich ganz einfach ja ganz lange was davon haben will ich werde den nagel im nachgang etwas kürzen weil ein langer nagel unter diversen naja kurz sind sie auch nicht aber kürzeren nägeln sieht auch immer so ein bisschen blöd aus aber da ich euch gerne immer unterschiedliche längen zeige habe ich mir gedacht heute so oh man also wie gesagt ich lasse das jetzt wieder ja ich würde sagen mal knapp 60 sekunden drunter und damit das schön durchgehärtet ist komplett also unter einer Turbolampe ganz wichtig sonst bitte 120 sekunden ne also das ist ihr müsst immer eure Lampe angleichen ich nehme momentan bei den Tests ja ich teste auch alles unter Turbolampen achso apropos Turbolampen da kann ich noch was kurz zu sagen den G-Lack hatte ich ja letztes mal getestet der wurde ja unter den Turbolampen gelb unter normalen UV-Lampen passiert das nicht also wenn ihr normale UV-Lampen habt kein Problem tolle Sache so ausgeertet ist die Geschichte geile Sache oder ich finde das richtig gut gelungen und das sind halt Effekte die man so sonst nicht hinkriegt ich werde das jetzt hier noch ein bisschen befeilen geil geile Geschichte ich versiegle die Geschichte jetzt noch und ja dazu gehe ich nochmal einmal kurz das mache ich immer ganz gerne mit dem Cleaner drüber sofern doch noch eine Schwitschicht da ist und dann nicht notwendig aber ich versiegle jetzt halt nochmal la 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 mit dem Master Shine Top ebenfalls auch wieder eine geile Sache also wie gesagt ich bin total begeistert von 2M Beauty das hätte ich vorher niemals gedacht und und ich finde es auch toll dass ihr auch jetzt immer mehr begeistert seid übrigens hat 2M Beauty auch eine Gruppe geht da ruhig mal rein und was ich so schön finde Ildiko ist total bemüht also sie ist auch bei mir in der Gruppe wenn irgendwas ist irgendwas gefragt wird ist sie sofort zur Stelle sie sie hatte vorher zu mir gesagt möchtest du das gerne sagen ne aber ganz ehrlich ich habe dann auch gesagt komm ruhig und sag das selbst weil ich weiß dass ihr das sehr mögt wenn die Markeninhaber auch einfach mal zu sehen sind und ja Ildiko hat das sofort gemacht war sofort da hat gesagt Leute bestimmte Sachen eine hat bei mir in der Gruppe gestern geschrieben das möchte ich auch noch sagen da war irgendwie nur ein Buffer in einer bestimmten Farbe nicht lieferbar und da hatte sie geschrieben ja und das fand ich ganz toll ich habe sofort eine Rückmeldung vom Shop gekriegt dass der Buffer in der Farbe nicht lieferbar ist wisst ihr das ist Service und ganz ehrlich ich finde sowas ganz ganz toll und das ist heute nicht mehr selbstverständlich und deswegen erwähne ich das auch gerne jeder muss selbst entscheiden ob er sowas möchte oder nicht ich gebe zu ich liebe solche geilen Verpackungen gebe ich ganz ehrlich zu ich bin totaler Freak von guter Qualität gebe ich auch ehrlich zu und dann guckt euch das an ganz ganz großes Kino ne also wie gesagt gar keine Frage ich bin ein absoluter Fan von 2M Beauty am Anfang hatte ich ein bisschen Angst weil 2M Beauty ganz ganz tolle Bilder immer gepostet hat auf Facebook und ja total ja wie gesagt also ich habe gedacht naja hoffentlich ist das wirklich was weil oft ist es so je schöner die Bilder desto ja häufiger ist ein Manko einfach bei der Marke zu finden aber in dem Fall nicht seh mich auch wieder das ist auch so eine Geschichte guckt euch das an ich habe das schon ein paar Mal gesagt also meines Erachtens nach ich gebe ganz ehrlich zu wenn ich Kunden hier hätte in meinem Studio richtige Kunden nicht nur Probanden die das kostenlos kriegen wenn ich Kunden in meinem Studio hier hätte dann würde ich immer auf eine Marke zurückgreifen das ist meine persönliche Einstellung aber die einfach auch optisch meine Ansprüche erfüllt das liegt ganz einfach daran dass ich selber halt so ein optischer Mensch bin ich mag das gerne wenn auch die Umverpackung stimmt und in dem Fall hier ist es sogar so nicht nur die Umverpackung stimmt das muss man ganz einfach mal sagen sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis ist so derart gut für sowas was da geboten wird dass man echt das kaum fast glauben kann also es ist wirklich genial und ihr seht jetzt auch gerade ich habe ja mit dem Non-Sticky-Versiegler Master Shine Top versiegelt das könnt ihr hier jetzt gerade sehen wie gesagt bleibt auch bei mir ganz klar und ihr seht der Großteil ist weiß ich habe das extra so gemacht dass weiß nachher on top ist und ihr könnt das hier sehen das ist strahlend weiß da ist nichts gelb das ist eine schneeweiße Zellette und der Nagel ist weißer als die Zellette also von daher egal um was es geht ihr habt einen riesen riesen Faktor der richtig richtig genial ist ich hoffe dass euch das Video wieder gut gefallen hat ich zeige es euch nochmal näher ich hoffe dass euch das Video wieder gut gefallen hat schreibt mir einfach was ihr davon haltet und macht in meiner Gruppe mit kann ich euch nur sagen da habe ich momentan eine Umfrage laufen was würdet ihr gerne sehen in den Videos ja nass in nass war glaube ich auch dabei ich muss nochmal gucken heute unbewusst erfüllt ich hoffe dass euch das gefällt und ja und wir sehen uns beim nächsten Video wieder bis dann tschüss bis dann jetzt Untertitelung des ZDF, 2020